Die besondere Würze, warum? Wir spielen auf skordierten Geigen zum Teil, wir haben wunderbare Instrumente von Jakob Steiner, dann ein reichhaltiges Continuo mit Orgel, mit Cembalo, mit Teorbe, Barockgitarre, Cello, Violone, Salterion und Perkussion. Dann Werke mit exotischem Gehalt, dann tierisches Abenteuer bei der Sonata Repräsentativa, mehr verrate ich nicht und eine Tonne Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020